Martin Luther 2.0 Botschaften mit Jesus Christus im Zentrum Hier nach Siegen zu kommen, um euch Hoffnung zu geben. Und zwar eine lebendige Hoffnung an einen lebendigen Gott. Einen Gott, der dich so sehr liebt. Einen Gott, der dich besser kennt, als du dich selber kennst. Und der einen Plan für dein Leben hat. Einen Gott, der alles in meinem Leben neu gemacht hat. Und davon möchte ich euch heute erzählen. Schon in jungen Jahren war mein Leben geprägt von Partys, Frauen, Alkohol und Drogen. Und um mir diesen teuren Lebenswandel zu finanzieren, fing ich dann selber früh an, den Stoff zu verticken. Erst ging das ganz klein los, dann wurde es immer größer. Das Geschäft wuchs und ich rutschte komplett ab in den Drogenhandel. Erst Gras, dann Pillen, dann Kokain. Ich wurde eine richtig große Nummer in meiner Stadt und in der ganzen Region. Nach ein paar Jahren wurde dann auch die Kripo auf mich aufmerksam und observierte mich. 24 Stunden, sieben Tage die Woche und das über mehrere Jahre. Zu derselben Zeit habe ich gerade meine erste kolumbianische Freundin kennengelernt. Und ich flog also nach Kolumbien, besuchte sie. Wir verliebten uns und ich bin einfach da geblieben. Schnell machte ich dort Kontakte, die tief verwurzelt waren in kartellähnlichen Strukturen, in teilweise paramilitärischen Organisationen. Ich war also plötzlich mittendrin in einer Welt, in der Geld und Drogen das Wort haben und in der ein Menschenleben keinen Wert hat. Nach fast zwei Jahren ging es dann mit meiner Freundin auseinander und ich zog in die wohl bekannteste Stadt Kolumbiens, nach Medellin. Ich glaube, Medellin ist jedem bekannt, durch den berühmtesten Drogenboss, den es jemals gab, Pablo Escobar. Und in Medellin machte ich dann in der besten Gegend der Stadt einen Nachtclub, eine Diskothek auf, die hieß Dubai Disco Bar Lounge. Und ich hatte eigentlich überhaupt keinen Plan von Gastwirtschaft, aber irgendwie wollte ich mein Drogengeld ja waschen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie es dort in meinem Leben aussah. Ja, jede Nacht, Party ohne Ende, viele Frauen, viel Drogen, viel Alkohol. Ich habe oftmals so viel Koks gezogen, dass ich mich gefühlt fast zum Mond gebeamt habe und mich fast tot gekokst habe. Ja, mehr und mehr bekam ich dann auch hautnah mit, wie gefährlich das Leben in dieser Stadt Medellin ist. Und gerade, wenn man sich, wie ich, in der Unterwelt auch ein bisschen einmischt. In Medellin sagt man, quien se mete, se muere. Hey, was so viel bedeutet wie, wer sich hier einmischt, der stirbt auch dabei. Und so wurden einige meiner Freunde und Partner ermordet oder gekidnappt. Und auch mein Partner der Diskothek, Mauricio Alsate, ein renommierter Anwalt in der Stadt, wurde mit 44 Messerstichen hingerichtet. Er lag drei Tage tot in seiner Wohnung. Als ein Freund und ich sehen wollten, was da los ist und nach dem Rechten sehen wollten, wo er abgeblieben ist. Und wie er an den Tatort kam, wurde er gerade in einem Plastiksack rausgetragen. Man könnte jetzt fragen, warum ich nicht einfach wieder zurückgekommen bin nach Deutschland. Ich war einfach schon viel zu tief drin. Ich war viel zu vernetzt. Und so kurz davor, das richtig dicke Geld zu machen. Und außerdem war mir zu dieser Zeit komplett egal, ob ich lebe oder draufgehe. Nicht, weil ich depressiv war oder so. Nein, sondern vielmehr, weil ich mich damit abgefunden habe, dass in meiner Welt, in der ich gelebt habe, jeden Moment alles passieren kann. Und auch ich war dem Tod des Öfteren schon sehr nah. 2010 wurde ich in einer Finca, in einem Vorort von Medellin, auf einer exzessiven Drogenparty fast umgebracht. Ich war zwar komplett zugedröhnt, aber ich habe immer noch irgendwie mitbekommen, wie ein Typ zu dem anderen sagte, sacca la pistola, idale bala. Also zieh die Pistole und erschieß ihn. Ich rannte sofort, so schnell ich konnte, die einzige Straße runter. Und hörte dann, wie diese Typen mich auf dem Motorrad verfolgten. Der einzige Weg runter war eine Brücke, die acht Meter in die Tiefe ging. Ich hielt mich also an dieser Brücke fest und habe mich fallen lassen. Brach mir dabei beide Beine und krabbelte dann weiter über einen Zaun in eine andere Finca. Und zum Glück kamen da dann die Besitzerin gleich raus und rief die Polizei und den Krankenwagen. So konnte ich entkommen und mein Leben wurde bewahrt. Ich lag dann mit zwei gebrochenen Füßen fast zwei Monate im Krankenhaus und regenerierte dann noch vier Monate im Rollstuhl. 2011 bin ich nur haarscharf einem Kidnapping entgangen, weil ich unpünktlich war. Mein Partner, der dort schon auf mich wartete, wurde von den Männern, die sich mit uns dort treffen sollten, gekidnappt und verschwand komplett für mehrere Wochen. Nach einer Zeit lief dann auch meine Diskothek nicht mehr und ich musste zusperren. Innerhalb kürzester Zeit habe ich alles verloren. Ich war komplett pleite. Und auch das andere Geschäft war komplett aussichtslos, weil meine Partner halt tot oder gekidnappt waren. Also entschloss ich selber auf eigene Faust, ein Ding zu drehen, um wieder zu Geld zu kommen. Und genau bei diesem Mal wurde ich im Flughafen in Bogota mit einem halben Kilo Basel, einem Vorprodukt von Kokain, was ich hier in einem Backpackerrucksack im doppelten Boden versteckt hatte, erwischt und verhaftet. Ich kam sofort vor den Haftrichter, der las mir gleich acht bis zwölf Jahre, und dann kam ich in den größten und gefährlichsten Knast Kolumbiens, La Morello. 10.000 Häftlinge in einem Gelände ausgerichtet für Maximum 2.500. Ein Gefängnis, welches weltweit Geschichte geschrieben hat, als im Jahr 2000 dort ein blutiger Krieg ausgebrochen ist zwischen der Guerilla und dem Paramilitär. Zwar war dieser Krieg im Jahr 2011, als ich dort einsaß, schon längst vorbei, aber die AK-47 Einschusslöcher in den Wänden waren noch zu sehen. Und auch Waffen waren noch zu sehen, Mord und Totschlag waren noch zu sehen. Man hörte Männer nachts schreien, nur nicht, weil sie Heimweh hatten. Ich war also an einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem ich gemerkt hatte, dass ich nichts mehr in meinem Leben selber in der Hand hatte. Ein Gefühl von Angst und Hoffnungslosigkeit. Vorher konnte ich ja immer irgendwie alles selber regeln in meinem Leben, dachte ich zumindest. Und jetzt war ich komplett abhängig von anderen und wusste ja noch nicht mal, ob ich irgendwann wieder lebendig aus diesem Loch mal herauskomme. Die große Show war vorbei. Endstation, Knast, Kolumbien. So fühlte sich das an. Die ersten zwei Wochen musste ich mich da drin erstmal wieder zurechtfinden. Sehen, wie alles abläuft. Wem kann ich vertrauen? Wie überlebe ich hier? Ich musste mir eine Zelle kaufen, damit ich überhaupt einen Schlafplatz hatte. Und habe mir dann ein Smartphone reinschmuggeln lassen, damit ich in Kontakt mit meinen Eltern bleiben kann. Ja, alles da drin war möglich. Alles hatte seinen Preis. Jeden Tag um sechs Uhr morgens wurden wir auf den Gefängnishof gezählt. So nach dem Motto, wer die Nacht überlebt hat. Und nach der Zählung gab es dann Frühstück. Danach, nach dem Frühstück, gab es die Möglichkeit, in einen der beiden Gefängnisgottesdienste zu gehen. Wir waren römisch-katholischer, halt traditionell für Kolumbien, und ein christlich-evangelischer. Beide waren immer komplett voll. Nach zwei Wochen, nach der Zählung morgens, spürte ich eine tiefe Sehnsucht in mir, in diesen christlich-evangelischen Gottesdienst reinzugehen. Es war förmlich so, als würde mich dort eine Kraft reinziehen. Und glaub mir, mein Freund, das ist dieselbe Kraft, die auch dich heute hierhin gebracht hat, um das zu hören. Sei dir sicher, es ist kein Zufall, dass du heute hier stehst. Gott hat dich gezogen. Er will dir heute begegnen. Da stand ich nun in hinterster Reihe und hörte den Pastor predigen, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist in die Welt gekommen, um für deine Sünden zu sterben, um deine Schuld zu tilgen, die du niemals hättest selbst bezahlen können. Glaub an Jesus und kehre um von deinen eigenen Wegen, damit du Vergebung deiner Sünden erfährst und Erlösung von dem Gericht der ewigen Verdammnis in der Hölle. Du magst jetzt vielleicht meinen, ja, Hölle, an sowas glaube ich nicht. Ich muss dir sagen, es ist ganz egal, ob du das glaubst oder nicht. Denn nicht daran zu glauben, ändert nicht die Tatsache, dass sie wirklich existiert. Es ist ungefähr so, als wenn du in einem abstürzenden Flugzeug sitzt und sagst, ich glaube nicht an Gravitation. Das wird den bösen Aufprall, den es geben wird, nicht verhindern. Gottes Wort, die Bibel sagt uns, dass wir Menschen uns alle in so einem abstürzenden Flugzeug befinden. Denn diese Welt, in der wir leben, ist eine gefallene, verlorene Welt, die sich dem Ende neigt. Wir brauchen nur einmal die Zeitung aufzuschlagen oder die Nachrichten anmachen, um zu sehen, in was für einer verlorenen Welt wir uns befinden. Dazu kommt, dass wir Menschen alle von Grund auf dasselbe große Problem haben. Wir befinden uns alle in einem Zustand, getrennt von Gott, durch die Sünde, die in uns ist. Ja, wir sind alle Sünder. Und wir alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Wir alle haben uns durch unsere Sünden schuldig gemacht an Gottes Gesetz. Wir haben gegen ihn rebelliert. Keiner von uns hat nach ihm gesucht. Keiner hat nach seinem Willen gefragt. Alle von uns haben immer nur das gemacht, was uns am besten in den Kram passt. Und Gott ist heilig. Und weil Gott heilig ist, kann er keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Deswegen liegt die Sünde wie eine riesige Schlucht zwischen uns Menschen und Gott. Und es ist unmöglich für uns Menschen, diese Schlucht alleine zu überqueren. Sie ist zu groß. Und wir lesen in Gottes Wort in der Bibel, im Römerbrief 6,23, Der Lohn der Sünde ist der Tod. Es wird hier nicht nur der körperliche, sondern vielmehr der geistliche Tod gemeint. Geistlich getrennt von Gott durch die Sünde. Und wenn du in diesem Zustand getrennt von Gott die Erde hier verlässt, bedeutet das ewige Trennung von Gott. Und als ich den Pastor im Gefängnis dort in Kolumbien diese Worte predigten hörte, fiel ich auf die Knie, Tränen schossen mir in die Augen. Denn ich hatte erkannt, dass ich mein Leben komplett versaut hatte. Ich hatte erkannt, dass ich komplett verloren war und dass der Einzige, der mir jetzt noch helfen kann, halt dieser Jesus ist, von dem der Pastor gerade sprach. Also tat ich wohl das Ehrlichste, was man tun kann. Ich sagte zu Jesus Christus, wenn es dich wirklich gibt, Jesus, dann gebe ich dir mein Leben. Bitte helfe mir und rette mich. In Gottes Wort steht geschrieben, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet werden. Aus tiefster Verzweiflung heraus rief ich den Namen des Herrn Jesus an und er hat mich gerettet. Und ich kann ihm mich genug dafür danken, denn ich weiß, woraus er mich errettet hat und ich weiß, wovor er mich errettet hat. Denn ich war ein verlorener Sünder auf dem direkten Weg in die ewige Verdammnis. Ja, liebe Freunde, ich habe die Hölle verdient, aber habe ewiges Leben im Himmel geschenkt bekommen. Und in Jeremia 31,3 sagt Gott, der Herr, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Aus lauter Gnade. Aus Gnade. Und allein aus Gnade stehe ich heute hier. Allein aus Gnade bin ich heute das, was ich bin. ein Kind Gottes. Allein aus Gnade bin ich gerettet. In der wohl hoffnungslosesten und grausten Zeit meines Lebens im Gefängnis schenkte Gott mir lebendige Hoffnung und meinen Glauben an Jesus Christus, seinen Sohn. Liebe Freunde, anders wurde noch nie ein Mensch gerettet, als allein aus Gnade und durch Glauben an seinen Sohn Jesus Christus. noch nie konnte sich ein Mensch selber retten durch irgendwelche Wäge, die er getan hat oder durch irgendwelche Gebote, die er versucht hat zu halten. Und es ist egal, welche Religion du mir auch aufzählst. Alle Religionen und in allen Religionen muss man etwas tun oder nicht tun, um sich den Himmel zu verdienen. Religion sagt, mach und tu. Jesus Christus sagt, es ist vollbracht. Das waren seine letzten Worte, kurz bevor er für uns am Kreuz starb. Liebe Freunde, es geht nicht mehr um uns. Es geht nur um Jesus. Nicht wir entscheiden durch unser Tun oder Nicht-Tun, ob wir errettet oder verdammt werden. Jesus Christus hat durch das, was er am Kreuz vollbracht hat, schon entschieden, dass jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird und ewiges Leben hat. Ich bezeuge hier heute nicht von einer toten Religion oder ebenso einem Glaubenssystem. Ich bezeuge hier heute von einem lebendigen Gott, der eine lebendige Beziehung mit dir haben will. Ein Gott, der vor 2000 Jahren seinen Thron im Himmel verlassen hat, um ein Mensch zu werden, wie du und ich. Ich bezeuge dir heute von Jesus Christus aus Nazareth, dem Gottmensch. Im Gefängnis hatte ich ja jetzt genug Zeit. Also las ich jeden Tag in meiner ersten Bibel auf Spanisch. Nach fünf Monaten habe ich mich dann taufen lassen in einem Wassertank, wo normalerweise die Wäsche gewaschen wird. Das erste Mal in meinem Leben spürte ich einen tiefen Frieden. Einen Frieden, den ich vorher noch nie gespürt hatte. Das erste Mal spürte ich, dass ich erfüllt war in meinem Herzen. Eine Erfüllung, die ich vorher in der Welt gesucht hatte in Geld und Frauen, in Alkohol, in Drogen, in Respekt und Ansehen. Sie aber nirgendwo gefunden hatte. Nix von all dem konnte dieses Vakuum, diese Leere in meinem Herzen ausfüllen. Waren Frieden, wahre Erfüllung, wahre Glückseligkeit findest du nicht in dieser Welt. Diese Welt kann dir nichts bieten, was dich erfüllt und glücklich macht. Doch diese Leere in deinem Herzen, die du spürst, kann ausgefüllt werden. Und zwar durch Jesus Christus. Wenn du ihn in dein Herz reinlässt, davon gebe ich heute Zeugnis. Nach zweieinhalb Jahren dann kam ich endlich auf Bewährung raus. Mein Anwalt kannte den Staatsanwalt und konnte da ein bisschen was regeln. Nebenbei gab ich noch ein paar Deutschkurse dort drinnen und konnte so meine Haftzeit verkürzen. Ich war aber noch anderthalb Jahre auf Bewährung halt und durfte das Land Kolumbien nicht verlassen. Meine Sehnsucht, meine Familie und Freunde wiederzusehen, war aber zu groß. Also ließ ich mich von einem Kontaktmann rüber nach Venetuela bringen und nahm dort von der Hauptstadt Caracas den nächsten Flug nach Frankfurt. Ich bin ja circa seit sechs Jahren hier wieder in Deutschland und glaub mir, es war anfangs nicht leicht, mich hier wieder einzuleben. Außerdem war die Chancen auf einem guten Arbeitsplatz aussichtslos. Mein Lebenslauf weist einfach viel zu viele Lücken auf. Deswegen hat Gott es anders gemacht. Er hat mir eine eigene Firma geschenkt. Und so habe ich mich vor vier Jahren selbstständig gemacht mit meiner Firma Tropifruth. Kurz darauf hat Gott mir eine wundervolle Frau geschenkt, mit der ich jetzt seit drei Jahren glücklich verheiratet bin. Natürlich kommt sie aus Medellin. Und seit Anfang letzten Jahres sind wir zu dritt. Unsere kleine Tochter Dulce Maria ist jetzt anderthalb Jahre alt und er freut uns jeden Tag. Wir haben einen so guten Gott. Es gab Zeiten, Stunden in meiner Gefängniszelle, einsame Stunden, in denen ich Gott unter Tränen gebeten habe, einmal eine eigene Familie zu haben. Die Einsamkeit hat mich oft daran zweifeln lassen. Aber dieser gnädige Gott hat alle meine Gebete erhört und hat alle meine Tränen weggewischt. Jesus Christus hat alles neu gemacht in meinem Leben und hat mir ein neues Herz geschenkt. Ein weiches Herz und hat mich von einem schwerst kriminellen Drogendealer zu einem demütigen Verkündiger seines Wortes gemacht. Liebe Freunde, ganz ehrlich, hätte mir jemand vor acht Jahren erzählt, dass ich einmal vor Menschen das Wort Gottes predigen werde, hätte ich gesagt, hey, du hast viel Drogen gemacht. Vollkommen absurd. Vorher, wo ich Kilos aus meinem Kofferraum vertickt habe, verschenke ich jetzt Bibeln aus meinem Kofferraum. Wo ich vorher eine ganze Region überflutet habe mit Drogen, gehe ich heute dort zu den Menschen und verkündige ihnen aus Liebe das Evangelium, diese gute Nachricht, welche die Kraft hat, dein Leben zu verändern und deine Seele zu retten. Und in der Bibel steht geschrieben, im zweiten Korintherbrief fest, 17 im Kapitel 5, darum ist jemand in Christus, so ist da eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Die Narben und Tätowierungen auf meinem Körper sind noch zu sehen. Sie sind aber nur noch ein lebendiger Beweis dafür, was Jesus Christus in meinem Leben getan hat und wie sehr er mich verändert hat. Er hat mich komplett erneuert, von innen nach außen. Versteht mich nicht falsch, ich bin noch längst nicht perfekt, ich bin weit weg davon. Aber Jesus ist es, er ist perfekt und er ist es, der das gute Werk in mir angefangen hat und es auch vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem ich ihn endlich sehen darf. Ja, vorher war ich tot in meinen Sünden, doch Jesus Christus hat mich lebendig gemacht. In mir pulsiert jetzt Leben, liebe Freunde, ewiges Leben. Ich weiß, dass Jesus Christus mein Retter ist und mir ewiges Leben geschenkt hat. Warum ich so überzeugt bin? Weil ich ein Zeuge bin, weil ich es erleben durfte und ich es jeden Tag lebe. Wie ist es mit dir? Lebst du schon? Oder stirbst du noch? Weißt du, wo du die Augen aufmachen wirst, wenn du deine Augen auf diese Erde zumachst? Prüf dich selbst. Deine Ewigkeit hängt davon ab. Liebe Freunde, niemand ist wie Jesus. Niemand. Da ist niemand sonst, der sein Leben gegeben hat am Kreuz, damit du leben kannst. Da ist niemand sonst, der sein Blut vergossen hat, damit du reingewaschen sein kannst von deinen Sünden. Niemand sonst hat die Strafe für deine Sünden getragen, damit du Frieden haben kannst mit Gott. Da ist niemand sonst, der am dritten Tag auferstanden ist, von den Toten hin zum ewigen Leben. Niemand ist wie Jesus. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Jesus Christus allein trägt den Namen, der über all den Namen steht. Vor ihm werden sich einmal alle Knie beugen und alle Zungen werden bezeugen, dass er der Herr ist, der lebendige Gott, der König der Könige und der Retter der Welt. Und heute begegnet er dir hier, ganz persönlich, als dein Retter. Lass das nicht einfach so an dir vorbeiziehen, als würde es nichts bedeuten. Denn es ist das absolut bedeutendste in deinem Leben. Nichts ist so bedeutend wie das, was Jesus Christus für dich am Kreuz getan hat. Erfolg hat einmal ein Ende. Ansehen und Schönheit vergehen. Geld wird einmal keine Rolle mehr spielen in deinem Leben. Denn wenn du sterbenskrank bist, bedeutet dir das, was du auf deinem Konto hast, einen feuchten Dreck. Die einzige Frage, die für die Ewigkeit bedeutend ist, lautet, kennst du Jesus Christus? Kennst du deinen Retter? Kennst du Jesus? Du hast nur dieses eine Leben und das verfliegt so schnell. Es ist höchste Zeit, dass du über deine Ewigkeit nachdenkst. Weltweit sterben 150.000 Menschen täglich. Woher willst du wissen, ob du nicht der Nächste bist? Ich weiß es nicht, ob ich es bin. Und deswegen, jetzt, wo du diese Worte hörst, ist heute, heute ist der Tag deiner Errettung, nicht morgen. Entscheide dich heute für ein Leben mit Jesus, der dir Frieden schenkt mit Gott und deiner Sehne die Gewissheit, dass sie erlöst ist. Ein Leben ohne Jesus ist nicht nur Hölle auf Erden, sondern Hölle auf Ewig. Liebe Freunde, die Hölle ist real, der Himmel ist real, Jesus Christus ist real und er ist der Einzige, der dich vor der Hölle retten kann und dir ewiges Leben im Himmel schenken kann. Und er sagt, dass er gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich war verloren, aber ich habe gesucht. Aber er hat mich gesucht, bis er mich gefunden hat. Das ist seine Gnade. Ich selber habe nichts dazu beigetragen. Ich habe nur seine ausgestreckte Hand ergriffen, als ich in Not war und nicht mal weiter wusste und habe mich von ihm aus dem Feuer ziehen lassen und retten lassen. Und heute ist er hier mit ausgestreckter Hand, um dich zu suchen und zu retten. Es ist egal, wie weit weg du von Gott gelebt hast und wie viele Sünden du auch begangen hast in deinem Leben. Gott wird dir Vergebung schenken, wenn du mit ehrlichen Herzen vor ihn trittst und ihn um Vergebung bittest. Du hast dich vielleicht tausend Schritte von ihm entfernt, aber zu ihm zurück kehren, bist du nur einen einzigen Schritt entfernt. Wage heute diesen Schritt zu Jesus und kehre um von deinen eigenen Wegen. Starte einen Neuanfang mit Jesus Christus. Kehr um, mein Freund. Du befindest dich auf der falschen Spur auf dem Highway to Hell. Mach einen U-Turn 180 Grad und kehre um zu deinem Schöpfer. Glaub an das Evangelium, an die gute Nachricht, die du heute von mir gehört hast und vertrai im Vertrauen allein auf Jesus Christus als dein Herrn und Retter. Gib ihm heute dein Leben und lass dich versöhnen mit Gott. Und dafür möchte ich dich jetzt ganz konkret einladen. Ich möchte dich zu Jesus einladen, damit du Errettung erfährst und Vergebung von deinen Sünden. Jetzt kannst du nach all dem was du heute hier gehört hast hier weg gehen so wie du gekommen bist ohne dass dich das weiter berührt hat oder du kannst dich für ein Leben mit Jesus Christus entscheiden und hier weg gehen mit der Gewissheit dass er dich gerettet hat und deine Seele erlöst hat. Das ist ganz allein deine Verantwortung. Aber eins musst du wissen. einmal wirst du vor Gott stehen und wirst für alles in deinem Leben Rechenschaft ablegen müssen. Und dann ist Jesus dein Retter wenn du ihm im Glauben angenommen hast oder er ist dein Richter wenn du ihn abgelehnt hast. Was würde es bringen wenn ich alles gewinn doch dich verlier So viel passiert doch wo ist mein Ziel Ohne dich bei mir Ohne dich ist so grau Ich weiß genau Ich werde nie gewinnen Wenn ich dich verliere ich ge Paul H H H H H H H Vielen Dank.